Hallo Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Aktuell ist ja EM und ich bin heftigst im EM-Fieber. Meiner Meinung nach bisher, und wir sind noch nicht mal am Ende des ersten Spieltages in den Gruppen, eins der geilsten Turniere, seitdem ich Fußball gucke eigentlich. WM 2.6 war heftig geil, WM 2.14 in Südamerika war auch heftig geil. Dieser Scheiß in Katar war der größte Rotz und genau den gleichen Rotz werden wir in Saudi-Arabien jetzt bei der übernächsten WM nach Amerika auch erleben. Also es ist halt Geld und dann hat man da wieder so gekaufte Fan-Mäuten und so. Und hier hast du so 25.000 Holländer in Hamburg, die alle friedlich feiern. Das ist ein geiles Gemeinsamkeitsgefühl, feiere ich. Aber es geht ja trotzdem um Gaming. Und ich kann euch heute etwas vorstellen, auf das ich mich persönlich seit mehr als zwei Jahren unfassbar freue. Und zwar, ihr habt es ein bisschen im Thumbnail bestimmt gesehen, Stalker 2. Tatsächlich, das Game kommt jetzt am 5. September raus und der erste Stalker-Teil kam vor fast zwei Jahrzehnten raus. Und wenn ihr Rollenspiel-Mix-Game-Genres mögt, mit unfassbarer Atmosphäre, mit einer Atmosphäre, die euch so sehr in das Game reinzieht, dass ihr stundenlang vergesst, was ihr gerade macht, wo ihr gerade seid. Und unglaublich in diese Story reinkommt. Und das Ganze auf der Unreal Engine 5, wo es mittlerweile läuft, mit wirklich atemberaubenden Bildern und einem genialen Gameplay, dann ist der 5. September genau das Datum, was ihr euch jetzt eintragen solltet. Und, so viel darf ich verraten, ich durfte, ich habe mich vor Monaten bei den Jungs von GSC beworben, die unter schwersten Voraussetzungen Stalker eigentlich entwickelt haben. Weil 2012 sollte es schon mal kommen, da ist das Studio fast pleite gewesen, da wurde das dann unterbrochen. Dann haben sie große Schritte später mit neuen Investoren gemacht. Und es gibt sehr viele Fans, die Stalker damals, so wie ich, absolut gefeiert haben. Das Problem ist, der Ukraine-Krieg ist dann losgegangen und die Jungs und Mädels sitzen und saßen in der Ukraine. Sie mussten also zwischendurch mit der gesamten Entwicklung raus aus der Ukraine, sind dann Richtung Polen, haben in Polen weiter daran gearbeitet, sind dann wieder zurück in die Ukraine. Dann gab es Anfang 2023 einen ersten Playtest für einige, da war ich nicht dabei. Und das Game war wirklich immer noch extrem verbuggt, es war nicht fertig. Und dann haben sie realisiert, wir kriegen es 2023 nicht released, es ist nicht ausreichend. Und haben es verschoben auf Anfang 2024, haben gesehen, es fehlt noch was und jetzt 5. September ist es soweit. Es wird für ein PC kommen, es wird für Xbox Series kommen, bedeutet auch Konsolenspieler können Stalker tatsächlich spielen. Und ich kann euch nur sagen, nach den 30 Minuten, die ich danke, liebe GSC-Team, dass ihr mich da einfach aufgenommen habt. Und ich bekomme kein Geld dafür, Leute, ich würde es auch einfach so machen, ich liebe dieses Game. Es ist, was kein FPS-Game angeht, neben der Far Cry-Reihe und wahrscheinlich meine absolute Favorite-Reihe. Und es gibt ja im Prinzip erst ein Hauptgame, da gab es Add-ons und Erweiterungen und jetzt kommt das zweite richtige Hauptgame. Ich konnte 30 Minuten tatsächlich Stalker 2 spielen und ich kann euch sagen, ich hatte 2 Bugs insgesamt. Ein Monster hatte keinen Kopf und mein Mauszeiger ist verschwunden einfach mit dem hohen HOD und sonst ging das. Und ansonsten lief es absolut reibungslos, mein PC hat es top geschafft. Ich habe die Voraussetzung bekommen, selbst mit nicht so High-End-PCs werdet ihr das Game, glaube ich, spielen können. Ansonsten immer noch die Möglichkeit, auf die Xbox-Konsole zu wandern. Und für die, die sich ohne die Bilder hinten gar nichts vorstellen könnten, im Prinzip habt ihr eine fast Open World. Ihr könnt diverse NPCs treffen, Händler treffen. Ihr seid in der verseuchten Zone von Tschernobyl, kann man sozusagen sagen, um den Reaktor herum. Da laufen ganz viele Stalker auf der Suche nach Reichtum im Prinzip. Und es gibt halt diverse Gefahren. Es gibt Banden, die euch angreifen können. Es gibt wilde Tiere. Es gibt Anomalien. Anomalien sind, wie der Name das eigentlich übersetzt, dann auch sagen würde, antypische oder untypische Bereiche auf der Karte, die sehr, sehr groß teilweise sein können. Die Monster verschlingen können, die euch Schaden machen können. Ihr könnt der Radioaktivität ausgesetzt werden. Und ihr müsst halt looten. Ihr müsst Waffen looten, essen, trinken, Questsachen. Das heißt, ihr seid in dieser riesigen offenen Welt, die sehr feindselig ist, wo einige andere Stalker mit euch rumlaufen, aber keine richtigen Spieler, sondern ihr seid für euch dort alleine unterwegs, aber eben NPCs, die auch Tagesabläufe haben. Es gibt fließenden Tag- und Nachtwandel. Bei der ersten Mission sollte ich zu drei Anomalien, sollte da Sender platzieren zum Untersuchen. Und diese Anomalien spawnen oder geben unter anderem eben euch wertvolle Sachen, nämlich Artefakte. Und diese Artefakte könnt ihr entweder an euren Charakter binden, damit ihr eben verschiedene Boni bekommt, oder ihr könnt sie bei Händlern für viel Geld verkaufen. Dafür, dass ihr dann eben Waffen kaufen könnt, Ausrüstung kaufen könnt, Munition kaufen könnt. Das Gunplay fühlt sich extrem schwierig an, um ehrlich zu sein. Also schwierig im Sinne von, ich hatte eine AK zum Beispiel relativ früh gefunden und habe die im Full-Auto gesprayt. Ihr habt nicht viel Munition, ihr müsst wirklich Munition und sowas suchen und kaufen. Und er hat richtig Kick gehabt. Das heißt, die Waffen, die ich gespielt habe, auch die Pistolen, die ich hatte, haben Rückstoß gehabt, haben sich ein bisschen schwerfällig angefühlt. Was ich sehr geil fand, weil so ein Rollenspiel meiner Meinung nach sollte nicht davon leben, dass alles irgendwie sich wie Call of Duty anfühlt, sondern ihr sollt lernen, damit umzugehen. Ihr sollt lernen mit besseren Waffen. Ich habe auch Waffen gefunden, die einen besseren Zustand hatten und die haben sich tatsächlich besser angefühlt. Ihr habt kein Treffer-Feedback. Das heißt, ob ihr ein Monster gekillt habt oder ein NPC, wisst ihr automatisch nicht. Ihr müsst halt genau gucken und ein, zweimal vielleicht länger drauf schießen, als ihr glaubt notwendig ist. Und diese ganzen 30 Minuten konnte ich leider nicht so viel wirklich machen, aber optisch von der Performance her, von den Bugs, die beim ersten Teil über Jahre leider drin waren, habe ich sehr, sehr wenig in diesen 30 Minuten gesehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich daran denke, wie am 18.6. jetzt, den 17.6., wir haben nur noch zweieinhalb Monate, dann können wir das alle spielen. Meine dickste Empfehlung für jeden, der solche Rollenspiel-Genres mag und eventuell überlegt hat, da mal so ein bisschen Gruselfaktor als Atmosphäre aufsagen zu wollen, Stalker 2 wird, und da bin ich mir absolut sicher, eines der Games des Jahres-Kandidaten. 100 Prozent. Wenn nicht in der Vollversion unfassbar viele Bugs drin sind, wird es optisch der Knaller. Es wird vom Gunplay der Knaller. Ihr habt freie Auswahl, wie ihr das Game angehen wollt. Ihr könnt Hauptquests machen, ihr könnt Nebenquests machen, ihr könnt verschiedene Endszenarien euch auswählen, was euer Stalker, Sniff heißt der, machen soll. Ihr könnt auf die Quest komplett pfeifen und könnt in der freien Welt herumlaufen, Anomalien untersuchen, wilde Tiere jagen, ihr könnt Tiere essen, ihr könnt so viele Sachen machen, dass ich mir sehr sicher bin, jeder, der wie ich ein riesen Stalker-Fan ist, wird Tage und Wochen in diesem Game versinken, bis er es irgendwann durch hat. Und meistens ist es bei Stalker, bei mir war es damals so, Ich wollte das andere Ende nochmal spielen, in ganz anderer Art und Weise und habe es direkt danach nochmal durchgespielt. Ich persönlich werde am 5. September auf dem PC direkt damit anfangen. Ich freue mich sehr auf das Game, auf alles, was es anbietet. Es gibt wirklich so viele Sachen, die ich in dem Gameplay und in den Trailern bisher festgestellt habe. Gewisse Monster, wie zum Beispiel Blutsauger, sind an sehr begrenzten Orten jetzt nur noch. Das heißt, in so süffigen Kellern sind sie teilweise. Ich habe einen gesehen, der in so einer dunklen Garage war, was mir halt schon suggeriert, dass die wirklich an diesen Orten immer sind. Damals in Stalker 1 hattet ihr so ein Personal Display Handy sozusagen, so ein PDA. Den habt ihr jetzt auch, wo ihr euch für die, die es nicht ganz so schwer mögen, eintragen könnt, wo euer Ziel ist auf dem Kompass und der leuchtet euch dann auf. Das heißt, ihr wisst, wo ihr ungefähr langt müsst. Das heißt, sehr viele Sachen sind von damals überarbeitet, aber ohne dieses Feeling zu verpassen, was man früher schon hatte, was Stalker ausgemacht hat. Das Stalker 1 hatte meiner Meinung nach die mit Abstand beste Atmosphäre eines Rollenspiels, das ich jemals bei irgendeinem Spiel gesehen habe. Und genau da knüpft Stalker 2 jetzt einfach an. Das heißt, jeder von euch, ich glaube nicht, dass ich noch mal spielen kann vorher. Ich darf es zumindest nicht zeigen, wenn der MDA die unterschrieben habe. Jeder, der Bock auf so ein Game hat, von mir die absolut herrlichste, dickste Empfehlung. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr damals Stalker 1 gespielt habt, so wie ich, ist kein FPS-Game wie Call of Duty oder X-Defined, ist ein ganz anderes Genre, aber von Entwicklern, die mit viel Motivation da dran waren, die unter schwersten Umständen über Jahre hinweg etwas hier zusammengezimmert haben, worauf ich mich persönlich sehr freue. Und ich werde im September am 5. Urlaub nehmen für eine Woche. Ich will in dieses Game komplett rein. Ich will es austesten, ausnutzen, alles. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wie ich damals Stalker 1 gespielt habt. Es gibt ja schon ein paar Ältere wie mich hier. Absolut heftige Game-Reihe. Und ich freue mich sehr, dass ich euch wirklich sagen kann, das neue Stalker 2 sieht sehr, sehr gut aus. Und ich freue mich sehr, sehr gut aus.